Mikri, müssen wir noch genug haben? Ja, 35 Stück. Ja, müssen wir mehr haben, glaube ich. Wir brauchen dann 35 Mikri, hast du gesagt, wir haben noch, ich habe noch einen Stack. Also um Diamanten zu verdoppeln, brauchen wir schon mal das hier. Ich habe noch einen Stack, ich habe auch noch 3 Diamonds, sehe ich gerade. Ja, dann kannst du die ja hier rein schmeißen, wenn du willst, dann kannst du es auch noch weiter verdoppeln. Wo bist du denn? In der letzten. So viel Mikri, brauchen wir dafür? Ja. Gut, jetzt habe ich 12, kann man noch weiter verdoppeln, noch 2 mal. So, jetzt habe ich 14 Diamanten. Naja, perfekt. Und wir brauchen jetzt eine Diamant-Pickaxe. Ich habe jetzt noch einen halben Stack Mimikri, bei dem wollte ich mal behalten. Ja, ist ja gut, ich packe dir dann noch welche dazu. Mach mal eine Diamant-Pickaxe und ich fange mal an mit den Zahnrädern. Dann brauche ich ja Holz, Holz habe ich ja gar nicht. Spielzeug habe ich, ich lege sie da in der zweiten Crafting-Table von mir aus gesehen. Hast du gehört, Tobi? Ja. Ja. Hier ist sie drin. So. Putz. Stone. Ich packe dir ein Diamanten-System drin, ne? Ja, die brauche ich eh gleich alle. Ja, ganz ehrlich. Alle. Verschwender. Also ich finde, es gibt keine Verschwendung für eine Quarry. Okay. Was sagst du? Die schöpft ja wieder Neueres raus. Genau. Wir brauchen erstmal alle aus Eisen. Dank. Dann brauchen wir zwei Goldene und zwei Diamantene. Also zwei Goldene. Shit. Goldene. Ja, nee, wo sind die Kabel alle, die ich mal bitte bitte haben. Danke. Bitte. Danke. Bei Diamanten da. Terminal. Ist ja US eigentlich da? Ja. Das ist ja gut. Du brauchst fleißig sein Häuschen. Ja, ich hol mir grad hier ein bisschen Holz. Sehr schön. Hauptsache du reißt dich ein von den bunten Bäumen um. Nee. Oh nein. Dann haben wir nämlich gleich Spaß. Und ich brauche das ich noch. Ich bin so blöde. Fassen. Nix. Also ich will ja nicht widersprechen oder so. Maul. Ich hab keine Zellen mehr. Ich muss neue Zellen produzieren. Können wir bald mal fliegen oder was? Warte. Warte. Weißt du wie anstrengend es ist das Zeug hier zu bauen? Ja. Oh. Dankeschön. Das ist so kompliziert. Ja. Schon nicht ganz ohne. Oh, du hast eine Zombie-Statue bekommen. Die ist total selten. Ich hab zwei. Oh. Ich brauche einen Pingu-Server, eine Kuh und eine Schleim-Statue. Schleim habe ich ungefähr 100 Stück oder so auf mein Zimmer. Okay. Diese Statuen. Irgendwann nerven die nur noch. Die Endermen sind cool. Weil die teleportieren dich ja irgendwo hin. So. Ich habe, ähm, vier Landmarks. Ich habe eine Quarry. Ich habe einen Tesseract. Einen Tesseract schließe ich jetzt direkt hier oben drauf an. Einfach mal so. Wo wir uns überlegen sollten, wo wir das hinbauen. Weil wir wollen ja die Items da auch direkt wieder rausziehen, oder? Ja, eigentlich schon. Das heißt, ich baue das Tesseract nach hier unten. Dann können wir von daraus dann weitergehen. Mach das. So. Ich mache das auf Public, ja? Ja. Ich würde darum bitten. Gut. Machen wir jetzt mal Frequenz 1. Sonst kommen wir mich nicht zuerstellen daran. Das ist ja ein bisschen... Und... Ne, machen wir jetzt mal alle... Ist der denn schon gebaut, oder nicht? Ich... Ne. Noch nicht. Okay. So. Neulch. Sind alle happy. Juhu, wir haben Dias. Dias. Ja, ist das super. Ja, ist das super. Ja, ist das super. Das war gut auch höchste Eisenbahn. Dauert halt nur noch mal lange diese blöden Essenzen zu tun. Ja, ist das auch noch. So, die sendet Energie und erhält Items und Fluids. Dann brauchen wir ein paar Item Ducks, damit wir... Nach drüben ans System rankommen. Ich muss nur gucken, wo ich das hinpacke dann am besten. Am coolsten wäre es ja, wenn man einfach... Ja, genau. Ha, ich habe eine gute Idee. Du hast doch eine Pickaxe, kannst du mir die mal ganz kurz leihen? Ich? Welche? Die Fortune? Oh, hier. Ne, Fortune brauche ich nicht. Eine normale nur. Aber die will ich wiederhaben, ne? Natürlich. Genauso wie du allen Leuten immer die Sachen wiedergibst, gebe ich sie dir auch wieder. Oh. Verdammt. Du machst das ja gar nicht, haha. Machst du das doch irgendwie auch nicht? Hier bin ich dazu gemacht. Ich brauchte gerade den Weg, man. Ach ja. Ach, wir haben ja gar nichts mehr, ey. Ne, ihr baut da Dinge hin und dann mutert ihr euch, warum ihr nichts mehr habt, ne? Ein bisschen, ja. Ich finde das immer so gut. Wir bauen hier eine wichtige Infrastruktur auf. Aber echt, ey. Na ja, warte nur, bis Dr. Frankenstein zu euch kommt. Na, ich hab schon zu lange gedacht, ja. Weil ich Spritze in den Hintern jagt. So. Ich hätte gerne Schafs-DNA, dann kann ich Gras essen. Hab dann keinen Hunger mehr. Und Körtelkacken, oder wie? Oh Mann. Dann hätten wir es auch. Weißt du, man braucht für eine DNA-Maschine Weizen. Ist doch klar. Ja, ist klar, ne? Was glaubst du denn? Mhm. Ich hab ein bisschen Batman zu gucken. Mach das doch. Vielleicht nach der Aufnahme machen. So, ein neues Büchlein. Ein bisschen Kleinen. Wenn ich einen Zertus-Quarz-Block baue und den abbaue. Und der Fortun kommt dann ja auch nicht, ne? Schade. Fortune. 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 Aber wenn ich einen Zertus-Quarz-Urea baue, dann könnte ich... Ich glaube, ja. Genau, das könntest du. So. Mehr Zellen. Ich brauchen. Herzellen. Du brauchen Tugendum? Ja. Tugendum. Tugendum. Analysiere schneller die DNA des Skelettes. Oh Gott. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da. So, schon nur 20 ist rum. Normalerweise müsste Fehlzweil auftauchen. Ja. Haben wir gar nicht erwähnt, dass sie nicht da ist, ne? Die Warte geht nach Haus. Ah Gott schon. Und jetzt müsste sie so langsam da sein. So, wie mache ich das jetzt nochmal? Löschlein zu. Also, ich brauche jetzt den noch. Oh, Cable. Ach, du hast hier komplett zugemacht. Was habe ich? Nein! Ich bin verrückt, die baut alles ab. Nein, macht sie nicht. Ist doch gar nicht aktiv. So. Klack, klack, klack. Okay. Also. Das nette kleine Tesseract-Ding, was hier jetzt unterirdisch ist. Hallo. Hallo, braucht es Licht? Ja. Ja. Ich habe noch keine Kohle. Ich habe noch keine Kohle. Ja, ich habe Fackeln. Und schickt Energie raus. Das heißt, wir könnten jetzt einfach mal rüber in die eine Welt gehen, in der wir angefangen haben und einfach mal einen Quarry aufbauen. Was hältst du denn davon? Soll ich da mitkommen, oder was? Wenn du willst. Du musst nicht. Ich wollte auch was anderes machen. Kannst du mir mal einen Pickaxe wiedergeben? Ah, okay. Der will seinen Spicker wieder. Na gut. Was kann es denn sein, muss? Schnüff. Schnüff. Ja, musst du. Ich schlafe, dunkel. Energy Conduit brauche ich. Item Duck brauche ich. Okay, okay, okay. Alles schick. Ich komme zum Schlafnode. Und du, den kann ich hier durchhören. Das geht eigentlich, ne? So. Wir brauchen noch irgendwen zum Schlafen. Was sind denn hier schon für Kabel? Ich wollte dir was herlegen, dann liegt da schon was. Blaze schläft schon. Ja. Kannst du mal sehen. Schlafi, schlafi. Ist doch noch mit der Lücke dazwischen irgendwie. Ach, du Schande. Toll, sodass man nicht daherkriegen kann. Ich habe es so gemacht, dass du noch ein Kabel weiterlegen kannst. Ja. Dieses, ich dachte immer, dieses Basic DNA Dictionary kann man auch lesen. Ach, denke ich auch, ja. Wenn ich da rechts klicke, passiert nichts. Das ist sehr merkwürdig. Muss ich mir da vielleicht das Advanced DNA Dictionary bauen? Mal gucken. Ich habe es lustigerweise selber noch glücklicherweise nicht ausprobiert. Ich kann tatsächlich mal zu einem Mod nichts sagen. Ne, es ist nur komisch, weil eigentlich in dem Video, was ich mich da mal ein bisschen schlau gemacht habe, der konnte eben in dem Buch lesen, weißt du, was was macht. Ja, eigentlich schon. Aber ich glaube, erst, wenn du was abgenommen hast oder so. Okay. Ich. Das ist der Breeder. Das ist noch den Combiner. Wir haben hier ein kleines Problem mit der Energie. Wieso? Ich dachte, wir haben genug Energie. Was ist da los? Ja, haben wir aber. Die Leitungen, die hier hinten dran sind, sind natürlich alle noch ein bisschen... Das heißt, wir müssen die ganzen Leitungen hier. Ich habe hier aber nur noch 26 Stück. Das darfst du jetzt übernehmen. Ich habe vorher alles was tun. Mir egal. Ich habe genug so tun. Mach selber deinen Scheiß da. Mein Scheiß? Ja, das ist direkt wieder mein Scheiß. Das ist wieder typisch. Mein Scheiß. Das ist mein Scheiß. Möchten auch Sie heute rather Schiss haben. Oder das muss ich auch nicht. Das klingt ekelhaft. Hm, ist auch ekelhaft. Schön. So. Gutes, wenn du was gebrauchen haben. Ja. Ach, da bin ich okay. So, als ich mir mal eben lachen können. Zack, zack, zack. Hm, das ist ja fast gut hier. Fast. Hm, das muss eigentlich hier einen Weg her. Das geht aber. Das ist vier Stück so ein bisschen wenig. Ich muss noch ein paar mehr haben. er redet die ganze zeit mit sich selber und denkt dass er eine antwort kriegt oder hatte kurzfristig bedenken ich baue jetzt mal kurz bis gleich viel spaß juhu aber wir haben sowas gar nicht mehr alles ja die letzten zwei wochen hallo ich habe semesterferien ich bin fast die ganze zeit gesundheit in nrw eigentlich könnte man zuwinken wo ich bin ich wieder in hamburg alter stau ich hatte geplant um 18 zu hause zu sein hat nicht funktioniert haben wir gemerkt a1 hatte ich aber heute nicht mit gerechnet weil es ist weder freitag noch ist es montag noch ist es irgendwann ist das momentan in dieser woche alle bundesländer inzwischen haben und jetzt fängt an die plüscher zu hause bleiben was waren die in den ferien ich sitze gerade an der ostsee was tust du da zu hause bleiben hast du mich nicht gehört was tust du da zu hause bleiben